Hi Leute, ich habe es jetzt zusammengebaut. Ja, sorry, dass ich jetzt in einem anderen Video mache. Es wäre aber, ja, es ist jetzt so zusammengebaut. Und wenn ich das wieder auseinandernehme, dann seht ihr den Knopf hier. Wenn man da drauf drückt, warte, so, steht es wieder drauf. Und wenn man da drauf drückt, fängt es an zu leuchten. Seht ihr es? Ich zeige es euch dann gleich in... Es leuchtet jetzt von... Wie geil! Okay, also ich zeige es euch bald, wie es aussieht in Dunkeln in einem nächsten Part.